Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf SimSantino. So, wir sind wieder hier bei unserer WG und hier sind wir jetzt gerade im Onsen-Badehaus, wie beim letzten Mal auch. Ey, warum hat sie Klamotten an? Warum? Okay, keine Ahnung. Ich lasse einfach mal laufen. Ähm, genau, unsere Promis sind hier und wir haben tatsächlich eine Freundschaft mit den Promis, wenn wir hier mal kurz gucken. Ja, genau, ihr seht, wir können ganz normal mit denen reden, mit ihr auch. Ja, genau, das ist an mir richtig cool. Das ist ein Bug, glaube ich. Und zwar kann man eine Gruppe erstellen. Gut, wir haben hier schon eine Gruppe, aber ich könnte einfach noch eine erstellen, beispielsweise. Und ich könnte einfach die Promis hinzufügen, ne? Man sieht ja hier welche. Und dann konnte ich die Promis hinzufügen. Kleiner Trick, vielleicht auch ein kleiner Bug. Auf jeden Fall, wenn ihr Promifreundschaften wollt, macht das damit. So. Zusammen in heißer Quelle relaxen, hatten wir gesagt. Dann macht das doch mal gemeinsam, ne? Das sieht so cool aus. Da machen wir direkt nochmal einen Screenshot von. Beim letzten Mal hatte ich gar nichts hier gemacht. Doch, stimmt. Wir hatten Promis-Screenshots gemacht. Damit habe ich aber gar nicht gearbeitet beim Vorschaubild. Hier, er geht hier hin, oder? Ja, cool. Genau, jau. Das ist cool. Genau, immer schön groß. Groß ist immer gut. Habe ich auch gemerkt, manchmal sind meine Vorschaubilder einfach viel zu klein. Perfekt. Wir haben schöne Bilder hier. Und wer ist das? Achso, ich dachte, das wäre ein Bodyguard. Keine Ahnung, warum. Äh, ah ja, da ist auch noch Musik. Schön. Cool. Und ihr, was macht ihr jetzt so? Ja, ihr badet noch weiter. Ist cool, ne? Im Onsen-Badehaus. Ach, hier oben kann man ja auch sich ein paar Snacks kaufen. Wollen wir das mal machen? Ja. Und wir müssen uns auch um die Bestreben kümmern. Er möchte nämlich gerne einem Verkaufsautomaten Heilmittel oder Abwehrmittel kaufen. Das können wir machen. Und sie? Äh, genau. Wir können auch mal wandern gehen, ne? Und klettern gehen. Das gibt es ja auch noch. Das sind ja auch noch neue Sachen, die wir noch gar nicht uns angeschaut haben. Wir haben bis jetzt immer nur Wintersport gemacht. Äh, ja. Wir können mal warme Speisen kaufen. Warme Speisen klingt besser. Ich mach mal kurz Pause. So, da bin ich auch wieder. Ah, cool. Mhm, mhm. Mhm. Burger. Was holen wir uns denn mal? Heißer Kaffee Energy. Hier holen wir mal drei. Für alle. Nein, das wollte ich nicht. Hier, einer geht an sie. Einer an sie. Du trinkst ein. Okay, voller Verzweiflung trinken. Du trinkst mal. Und du trinkst mal. Warum voller Verzweiflung? Stopp. Stopp, 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 stopp. Dann wollen wir nochmal sehen, wie er den voller Verzweiflung trinkt. So, yo, schön. Na. Back? Oder was war das? Nee, er hat ihn getrunken. Dann geh doch nochmal in heißer Quelle relaxen und red doch nochmal mit dem. Nee, den kennst du schon. Okay. Genau, wir müssen mal ein paar mehr Leute kennenlernen, ne? Ich würde auch schon fast sagen, wir hauen wieder ab. Warum haben wir Geld bekommen? Keine Ahnung. Genau, wir gehen wieder. Wo können wir denn eigentlich wandern gehen? Ne? Ich weiß es immer noch nicht. Wie geht man wandern? Wie? Äh, ich werde mich nochmal schlau machen, wie man wandern gehen kann, denn da habe ich aktuell, oh, ich kann nicht mal mehr reden, da habe ich aktuell keine Ahnung von. Da muss ich mich nochmal informieren und wie man klettern geht. Vielleicht ist das auch beides dasselbe. Also nein, ist nicht beides dasselbe, aber vielleicht ist es in diesem Spiel beides dasselbe. Wir haben noch hier diese Infotafel. Wo haben wir die? Vielleicht kann man das da mitmachen irgendwie. Ähm, täglich etwas lernen, Bergtour, klettern, ja. Ich glaube, da lese ich mich einfach mal schlau, wenn ich da Zeit für habe. So, wer kocht denn mal eben schnell? Hier, einen heißen Topf, Feuertopf mit anderen. Ach, die ist auch da? Ne, mit der essen wir jetzt aber nicht. Ach so, die haben Geld bekommen an ihrem freien Tag, okay. Und wir müssen gleich auch noch die neue TV-Staffelpremiere schauen, Staffelpremiere ansehen, ja. Das können wir auch gleich machen. Dann erfüllen wir das, das ist ja kein Problem. Ja, so eine neue TV-Staffel kann man sich gönnen. 20.15 Uhr denke ich mal, dass die läuft. Dann machen wir das einfach mal realistisch. Klappt das jetzt? Macht ihr das? Das wäre ja cool. Eigentlich bräuchte ich noch so einen vierten Sim, auf den ich mal schalten kann, damit der Plumbob weggeht. Naja. Für Screenshots kann ich auch später nochmal wiederkommen und dann den Plumbob deaktivieren. So, die reden jetzt sehr viel. Das ist schön. Und sie muss pinkeln, alles klar. Dann geh doch pinkeln. Äh, Feuertopf essen. Ne, nochmal warten. Geh mal schnell pinkeln. Und danach nimmst du am Feuertopf einfach mal teil. So, genau. Die anderen warten schon. Ah, es ist soweit. Ach, wie cool. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das essen würde. Irgendwie sieht das jetzt nicht so lecker aus, ne? So, schön. Nochmal ein großes Bild, wo sie essen. So, schön. Dann können wir mal gucken. Ist es schon warm? Automatisch. Na, den ist nicht kalt, oder? In Wärme versunken. Ach so, den ist noch warm von der heißen Quelle. Okay. Ist ja eigentlich auch ein Fernseher. Wäre ja toll. Ne, ist gar nicht. Aber trotzdem, das ist hier cool. Ich glaube, da können wir später nochmal hingehen. Hier, in diesem Raum. Das ist so ein, irgendwie so ein Partyraum, mehr oder weniger. Das finde ich voll gemütlich hier. Also, ich finde dieses Haus sowieso schön. Ich glaube, ich habe sogar ein Haus schon gelöscht hier. In dieser Welt. Weil ich dafür ja meine andere Reihe mache. Dieses Familienhaus. Ah, die sind gute Freunde geworden. Ja. Wer? Ihr beide? Gegenseitig, oder wie? Ah ja. Ja, das ist ja gut, ne? Man muss sich auch mal ein bisschen kennen. So, du hast gegessen. Guck, dann ess mal auf. Und nicht plaudern. Ne, du isst schon, ne? Oder nicht? Ach, du hast dir noch eine genommen. Ah. Äh, geh mal pinkeln. Und dann... Nein. Du gehst pinkeln. Du isst jetzt nicht mehr. Abbrechen. Du isst keinen Feuertopf. Du gehst pinkeln und danach legst du dich bitte einmal hin. So. Was möchtest du? Du möchtest auch direkt schlafen ohne pinkeln. Äh, wo ist dein Bett? Hier ist dein Bett. Und du? Du bist die Einzige, die noch fit ist. Dann können wir doch mal gucken, was du willst. Ach, du willst gar nichts, ne? Du hast kein richtiges Bestreben. Ähm, du bist... Bist du Skifahrerin? Ja, du musst nochmal Skifahren lernen. Äh, ja, genau. Skifahren auf Übungshang fortlaufend. Was ist da? Sind das deine? Ne. Haben unsere Sims noch alle? Ne. Das ist... Das sind ihre scheinbar. Sie hat die noch. Er auch. Dann sind das ihre Skier. Ne, hör mal auf mit dem Essen. So. Du bist nämlich fit. Ja, lass das stehen. Genau, Skifahren gehen. Zack, zack. Dann machen wir schnell und dann fahren wir direkt los mit dem Ski. Und, ja. Denn die müssen ihre Fähigkeiten trainieren. Sonst müssen wir hier nämlich immer in Urlaub zum Fähigkeiten trainieren. Was ja auch an sich okay ist, ne? Können wir halt auch machen. Dafür sind wir in diesem Pack auch angekommen. Klar, wir könnten hier auch hinziehen, aber wir machen Urlaub, würde ich sagen. Ach, hier kann man die Besuche deaktivieren. Oh, das ist gut, weil das ist so ein Bug, den muss ich immer löschen, diesen Sim, weil der immer nervt und der hängt immer am Computer ab, wenn man einen Computer hat. Das ist gut, dass man diese Besuche von dem auch deaktivieren kann. Dann nervt der mich nicht immer. Ah, sie hat 400. Kaufe. Hä, wir haben doch Skier. Naja. Dann nehmen wir es hin. Komm, fahr mal los. Ja, cool. Sie ist, glaube ich, auch schon besser geworden, ne? Ich würde sagen, wir machen einfach mal ein bisschen schneller. Screenshots haben wir davon schon genug. Ja, wir lassen es einfach mal schneller gehen, ne? Damit sie einfach mal ein bisschen ihre Fähigkeiten trainiert, denke ich mal. Oder ist das blöd? Sie ist traurig. Warum? Weil sie jetzt zweimal hingefallen ist. Ah ja, jetzt hat sie schon Level 2. Cool. Ja, ich weiß, es ist nicht so schön. Ich spule auch nicht so gerne vor. Aber wir haben jetzt ja eh gerade nichts anderes zu tun. Und dann denke ich, darf sie einfach mal einmal ein paar Stunden lang laufen gehen und trainieren. Zack, da ist sie gesprungen. Und gleich hat sie schon Fix Level 3. Wenn wir das nicht so schnell machen, dann werden sie nie weiterkommen. Guck. Jetzt hat sie schon was geschafft. Alina besitzt nun um Skiern und die Mittelschwere. Sie kann raschiert und... Das heißt, sie kann jetzt die schwere Piste oder die mittlere... Mach mal fortlaufen mit mittlere Intensität. Das wollen wir mal sehen. Das ist nämlich die schwerere, ne? Das kann sie auch mal fortlaufen machen. Das ist auch cool. Das machen wir einmal langsam und dann lassen wir das auch schnell machen. Das ist cool. Sehr cool. Genau, dann ist sie oben. Achso, dann muss sie immer so viel latschen, oder? Musste das? Ah, ne, sie muss gar nicht so viel latschen. Stimmt, die werden ja direkt hochgeportet. Sag ich mal. So. Genau. Dann geh doch mal hier hin. Genau. Einmal drauf. Und los. So. Genau. Wir fahren mal mit. Ich schalte mal von hier weg. So. Sie fällt nicht hin. Noch. Steht sie? Noch. Steht sie? Ja. 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 Das kann aber auch schief gehen. Jederzeit. Was schade ist, ist, ich habe die Spiel-Icons noch nicht vom Ab-ins-Schnee-Paradies. Das ist schade. Ich habe ja diese anderen. Ich mache ja immer so diese berühmt-Sachen und so da rein. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oder auch diese Schneeflocken. Das sind alles Icons. Die kann man sich downloaden. Ich habe tatsächlich schon mal versucht, die selber zu organisieren. Und tatsächlich habe ich ganz schön extrem auch... Was macht sie? Ah ja. Hab auch ganz schön extrem den Spiel-Code durchforstet. Denn ich bin echt... Was heißt Profi-Modder? Aber ich habe schon Erfahrung so. Also ich habe so viel Erfahrung, dass ich mich irgendwie nicht schlecht fühle, wenn ich in den Spiel-Code gehe. Oder mich dort unwohl fühle, sage ich mal so. Also ich habe so viel Erfahrung im Modden, dass ich mich im Spiel-Code auch wohl fühle. Und ich nicht denke... Hauptsache ich meine nichts kaputt. Also so ist das nicht. Ist schon... Okay, ne? So. Ach, sie trainiert hier gar nicht. Doch, sie bekommt auch hier auch Fähigkeiten, oder? Ich glaube, wir brechen das mal ab. Was passiert, wenn wir das abbrechen und sie hier noch ist? Sie kann besser mal wieder hier weiter trainieren. Und sie kann mal das Ding im Inventar platzieren. Weil dann muss sie nicht mehr die Gelinen-Shia benutzen. Aha, sind das ihre eigenen? Ach, sie hat neue Shia bekommen. Dann als bevorzugte Shia festlegen. Dann kannst du ja mal Skifahren, fortlaufen. Dann kannst du weiter hier auf dem Übungshang trainieren. Das ist immer gut. Und auf das Klettern. Oder können wir hier wandern gehen? Nein, können wir nicht. Schade, 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 schade. Ich will unbedingt mal wandern gehen. Vielleicht noch in dieser Folge. Ja, wollen wir noch mal wandern gehen? Wollen wir das machen? Ich will mal kurz raus tappen. Wie lange nehmen wir schon auf? 13 Minuten. Ja, komm, wir gehen heute wandern, ne? Sie ist noch fit. Die beiden auch. Wir gehen jetzt los. Komm, wir gehen wandern, oder so. Aber wo muss man da hin? Erstmal nur. Ja, komm, wir gehen jetzt wandern. Steht da was? Oh Gott. Oh Gott. Womit gehen wir denn wandern? Stopp. Sie könnte vielleicht mal die Bedingungen prüfen. Ist das das vielleicht? Äh, Bedingungen prüfen. Okay, da hätte sie auch runtergehen können mit dem Skiern. Hoffentlich geht das bitte, 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 bitte. Ist es das? Aktuell, der Schnee ist nahezu perfekt. Outdoor-Aktivitäten teilzunehmen. Wie gehe ich wandern? Ich tue tatsächlich was, was ich noch nie getan habe. Ich gehe hier rein. Ab ins Schneeparadies. Wintersport. Wandern. So, ja, ich gehe in die Lektion. Ein friedlicher Spaziergang auf den Faden ist ideal. Plaudern, genießen, Suche, nahegelegen, Nachbarschaft, einer Wanderung, Infotafel. Dort kannst du lokale Wege erkunden und zu einem Ziel aufbrechen. Treten sie gemeinsam in Kontakt. Okay, es gibt viele Orte. Bergtour, nee, Bergtour wollen wir nicht. Klettern. Ja, äh, Kletterfähigkeit. In wem, ich Fähigkeiten. Ähm... Das ist Festival. Haben wir hier auch einen für was anderes? Das ist auch Festival. Festival. Wandern. Herumwandern. Joggen. Cool. Mhm, cool. Dann geht mal wandern. Steht mal auf. Genau. Ich cheate sonst gleich, weil ich möchte jetzt unbedingt mit denen wandern gehen. Und die kommen gleich nach, oder? Hoffentlich. Wird wohl. So, dann fahr mal mit deinem Radl los. Die Folge heißt, ein nächtliches Radl. Ja, keine Ahnung, vielleicht kann ich was damit anfangen. So, auf jeden Fall ist es ein schöner Kameraflug geworden. Ja, weiter. Radl, 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 radl. Mhm. Baut man da nicht Fitnessfähigkeit auf? Würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wäre cool. So, dann gehen wir mal wandern. Ach, wie cool. Wir gehen nächtlich wandern. Nächtliches Wandern. Warte mal auf deine Kollegen. Kommen die auch schon gleich? Ja. Okay, dann warte mal auf die. Wartet ihr? Ja, guck, da kommt er auch noch. Ach, wie cool. Das ist total cool gemacht, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Also, ich habe das noch nicht gemacht. Vielleicht ist es jetzt auch richtig scheiße und die laufen nur um. Sorry, habe ich nie gesagt. Aber ihr wisst mal meine, ne? Ich hoffe mal, dass es auch gut animiert ist und so. Und dass man da richtig was Cooles macht. Das ist wandern? Ach, wie cool. Ach, die gehen jetzt schon los. Ach, wie süß. Ich muss mal gucken, dass ich ein bisschen höher gehe. Dass ich ein bisschen schneller bin als die. Dass ich mich schon mal auf einen Screenshot vorbereiten kann. Und einmal ranzoomen. Und abdrücken. Was war das? Wo ist der hin? Och, nö. Back doch nicht so rum. Och, nö. So macht das keinen Spaß. Ich nehme alles zurück. Ich nehme echt alles zurück. Er ist einfach wieder weggebackt. Ach, ich liebe einfach Sims 4. Wegen den Bugs. Och, und jetzt lässt er sein Radeln da stehen, oder wie? Och, nö. Also, ich nehme das Radeln nicht mit. Dann kaufen wir neues. Ist dann so. Und hier könnte der lang... Och, ja. Wie schön das hier ist, oder? So cool. Also, es ist echt cool gemacht. So, ich kann hier höher. Und dann kann ich hier übrigens auch aus die Spiel... Aus die... Vor allen Dingen aus die Spielwelt. Aus der Spielwelt raus. Und dann kann ich natürlich auch wieder dahin. Und dann kann ich gucken, wo sie sind. Dann weiß ich, dass sie hier sind. Ja, oh, wie cool. So kann man voll gut irgendwie so eine Story machen, ne? Die Kamera kann ja so richtig gut mitfahren. So, jetzt auch mal ein bisschen schneller. Sind sie gleich fertig hier? Ist hier Endpunkt? Ne, ich hoffe nicht. Oder? Oder sind sie fertig? Ne, ernsthaft? Was? Angriff miterlebt. Wo ist ein Angriff? Was ist das? Oh nein. Dekimushi. Angegriffen. Was ist jetzt? Was ist? Was bedeutet das jetzt? Draußen hauert die Gefahr wegen Wildtierbegegnung. Was kann man dagegen machen? Was machen sie jetzt? Ach, jetzt ist es aus. Okay, cool. Oh Gott, jetzt sind die alle verängstigt, oder was? Sie auch? Das ist crazy. Oh Mist, ich habe kein Bild gemacht. Ach nee, ich speichere das ja immer so ab. Ich kann da ja noch später wieder reingehen. Stimmt, ich kann das später wieder spielen. Das wird später wieder gesch- Ist das jetzt schlimm? Was hier ist? Ist das schlimm? Ah, sie macht einen Schneeengel. Ich dachte schon. Oder? Oder war das nicht geplant? Ne, scheinbar nicht. Hütend war besser zu Hause, weil schreckliche Wanderung unternommen hat. Oh nein. Die Entwanderung war schrecklich. Oh nein. Streiten die sich jetzt alle? Oh nein. Tja. War vielleicht doch ein bisschen hell. dumm, sag ich mal, wandern zu gehen. Ja, wer geht auch um drei Uhr nachts wandern, ne? Ja. Wir. Kann man nochmal dazu anmerken. Was macht ihr denn? Mit Hendrik plaudern. Ja. Habt ihr nicht Angst? Ihr geht jetzt zu Fuß wieder zurück. Okay? Irgendwie will das nicht so, wie ich will. Ach, wisst ihr was? Wir fahren einfach nochmal weg. So, ich trinke nochmal einen Schluck Tee. Wo könnten wir hinfahren? Da kann man, glaube ich, klettern gehen. Da ist übrigens das Haus, was ich baue. Wir gehen mal zu Besuch. Hier zur Familie einfach mal. Ja, genau. Um fünf Uhr morgens besuchen. Weil irgendwie habe ich keinen Bock, dass wir zurücklatschen. Das könnte so einfach sein. Und sie muss auch mit. Genau. Ja, bald endet unser Urlaub, glaube ich, auch schon. Naja, aber trotzdem. Es macht Spaß, finde ich. So, gleich sind wir hier. Genau. Wir können einfach mal klopfen. In der Hoffnung, dass sie mal da ist. An die Tür klopfen. Ja, sie muss auch pinkeln. Hoffentlich darf man bei Fremden pinkeln. Eher nicht, ne? Oh nein. Sie ist nicht mehr berühmt. Ihr Promi-Level ist gesunken, oder? Okay. Sie malt ein paar Bilder, dann ist alles wieder gut. Deswegen wollte ich auch, dass sie YouTuberin wird, ne? Damit ihr Promi-Level nicht sinkt. Okay, wir durften reinkommen. Ey, die Wohnung ist auch gar nicht so schlecht. Für EA-Verhältnisse. Ja, hier. Da kannst du pinkeln gehen. Fragt sich bloß, ob das erlaubt ist. Ein paar Sachen darf man ja nicht. Aber ich glaube, Fernsehschauen ist erlaubt, oder? Wir machen mal Fernseher aus. Ja, das Ding ist auch cool. Das habe ich, glaube ich, auch verwendet. Ne, das Teil habe ich, glaube ich, verwendet beim letzten Bild. Ne, kochen dürfen wir ja nicht. Stimmt. Hausmannskost, Futterrezept. Aha. Das kenne ich noch gar nicht. Und hier? Was ist hier so? Ach, die sind ja gar nicht so schlecht. Die haben ja großen Gärten. Ja. Schön. Ein schönes Haus. Was haben sie hier oben? Auch ein PC und so. Oh ja, nice. Die Kinder. Ist das ein Kindertisch? Den kenne ich noch gar nicht. Trotzdem, alles cool. Du kannst mal den Bonsai in Form schneiden. Komm. Zack, zack. Ups, jetzt war ich ausgetappt aus Versehen. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, wir beenden die Folge heute schon mal. Ja, wir haben nicht so viel geschafft. Für die nächste Folge werde ich was vorbereiten, was wir machen. Was das wird, wird eine Überraschung sein. Wir sehen uns dann wieder. Ja, dann sehen wir uns wieder. Ja, und... Bleibt tapfer. Und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Tschüss.